welch eine hellige aktion ja jetzt geht es wieder zurück nach ratasum wo wir uns von soja auf die schultern klopfen lassen dürfen und dann wird gekloppt und dann ist der klopper dran genau dann haben wir alle drei durch ich glaube ich weiß auch schon wenig nehme jetzt ja ratasum okay vorher spring ich du hast doch noch so viel vor dem leben das war es wert wie viel level hast du eigentlich jetzt an welches level hat deine story quest die ist 24 und ich habe jetzt level 26 noch nicht also ungefähr ein viertel fehlt noch viertel drittel so in dem bereich viertel fünftel ein viertel drittel die hälfte genau mal zwei alle da nein ladebildschirm sind zwar alle woanders hingerangt aber alles klar so und jetzt kriegst du schon direkt den nächsten ladebildschirm ja zonenbegreifen ist das schlimmer das stimmt weil jetzt ja größtenteils die gleichen art es sind die laden waren da stehen die faulpelze noch genauso wie als wir gegangen sind da wollen sie die welt retten stärkte drachendiener aktivität an mehreren schlüsselpositionen ich weiß wir wachsamen sind zu wenige kaum ist ein gebiet gesäubert drängen neue diener herein der lichtblick bei ihrer erhöhten aktivität ist dass die abtei einige diener zu studienzwecken einfangen konnte etwas düsterer lichtblick gelehrte immerhin ist professor gorr sicher erst mal wir alle sind erst mal sicher aber was ist mit später wenn die drachen angreifen ist was dran ne ich danke euch allen dass ihr an meiner befreiung mitgewirkt habt stellt euch vor eingesperrt wegen einer theorie unerhört infam wohl war nicht in nordkorea hier begegnen wir am besten damit dass wir eure theorie beweisen wie zeigen wir dass die drachen magie aufzehren einfach wir finden ein gebiet das mit drachendienern verseucht ist sagen wir mit untoten und säubern ist während gorr die umgebungs magie misst dann sehen wir uns gors messungen an endresultat weniger untote wir kriegen daten die umwelt wird entlastet erfolg auf der ganzen linie ich bevorzuge etwas kontrolliertere experimente die abtei hat für erweiterte studien bereits einige drachendiener eingefangen dies dürfte wohl alle kriterien erfüllen klingt wie zwei vernünftige optionen der orden der gerüchte wird euch gerne unterstützen sobald ihr mit dem sammeln eurer daten fertig seid ich weiß was ihr sagen wollt soja aber bevor ich eine option wähle würde mich interessieren was euer langfristiger plan ist mit einem wort bündnisse neue schmieden alte erneuern alles für den kampf gegen die drachen ihr arbeitet mit den orden zusammen um ersteres zu fördern um letzteres kümmere ich mich wenn es soweit ist im moment müssen wir gors theorie untermauern wie ihr an die beweise kommt ist eure sache ja ich denke mal ist klar was ich jetzt nehmen muss auch wenn das jetzt gar nicht so sehr nach draufhauen klingt wie ihr vielleicht gehofft habt ich hab ein bisschen die angst wir müssen die straße von damals nochmal von leichen säubern oder sowas auch zähigkeit vitalität kraft kritischer schaden annehm ich mal diesmal ein bisschen defensives das lief sie ist ja für unter wasser ihr könnt schon mal instanz verlassen ich rüste eben eine belohnung aus ich bin schon längst in rettation und dann heile ich hinterher und dann geht es weiter in ganz weit weg das sieht tatsächlich so aus als wäre es also das ist gandaran felder ne ganderan felder es ist hier unten äh es seht ihr ja da oben nicht unten sondern bei ja perfektion genau da habe ich und das ist genau die stelle wo wir da mal hier die straße von den leichen befreit haben super also da porten wir jetzt hin ne da porten wir jetzt hin hat mich mein gefühl nicht getäuscht ich dachte das wäre für viel höher lämligere vielleicht falsch in erinnerung ne wir sind da doch gewesen ganz normal in der der reihenfolge in der man die dinge abarbeitet und die in jahr lang ist wenn man nur durch ein portal gegangen ist und das ist das falsche gewesen und muss warten wir sind alle ergeblich er ist das ist unsere ich habe schon sehr viel versucht mitzuteilen wo es jetzt hingeht aber hast du denn nicht zugehört als ich gesagt habe dass das in den genderrand feldern ist bei mir rascheln so viel schokoladenpapiere da kann ich nicht immer alles macht die karte auf und gucke mal wo hier der große kringel ist ja warum stehst du dann mieten vor dem portal die karte aufgemacht und gezeigt wo es hingeht ich habe mich nicht vorgegangen die karte aufgemacht und gezeigt wo es hingeht hat mich nicht vorgegangen die karte auf und guck mal wo du hinkommen willst ach alles ausreden komm ran zack zack nori die ja ja weißt du wo du hin porten musst ja ich drücke gerade die ganze zeit aber ich komme da eben und ich habe es nicht gehört zwei blöde sind einer bin ich jo erfrischend komm aber jetzt hier ist ein kleiner deutschland dann werde ich jetzt erstmal ordentlich in den arsch drehen weiß gar nicht wie man das so richtig macht aber auch jetzt ja ich bin noch nicht herrscher der welt gewordene weil ich mir ab in den hintern treten lassen ja das stimmt auf den kopf springen kann ich ja auch nicht ich nehme dich unter eine rockbrause wenn oh gott ach was hatten wir früher ein schönes spiel da konnte man sofort eine torte nehmen und zack sati sati ist da hey sati hey du bist auch sati hat aber seinen rock kaputt er muss erstmal da meine ersatzteile auf hier kann man irgendwas werfen ja zwar keine torte aber ja was war das denn für ein wurf asura werfen ja wie mädchen hinter gar nichts verdächtiges fass hab ich hier gefunden aber so aber jetzt hier statt unsinn zu machen könnten wir auch die quest weiter machen könnten wir natürlich auch aber wir könnten hin und wieder doch ein festchen werfen auch direkt vor uns direkt vor uns direkt vor uns ist ein event ja mein dann machen wir halt jetzt dieses dumme event man das dauert extrem lang übrigens ich gebe mein fass nicht ab da tragt das fass aber doch jetzt ab aber tragst mit fassung umgefallen ist also mein fass vor uns kommt geküchtert der Bulle dreht wohl durch erfrischend juhu sati kannste doch wenigstens mitmachen ne endlich warum ist hier ein waschbär der häuptling scherper heißt achtung da kommen wir und da kommen von den nächsten na jetzt rennt nicht so wild hin und her so treff ich euch doch gar nicht muss ja ungeheuer wertvoll sein was ihr hier transportiert dass so eine schlagkräftige truppe ihn begleitet war ja weil das so eine riesen armee angreift wenn das was zu essen wäre die würden ja gar nicht alle satt von wir können ja mal den eselstreiber da ein bisschen verarschen wenn die angerannt kommen rennen wir alle weg was steht da da es sind zu viele wir werden uns ihnen stellen müssen was wovon redet der warum fällt er mit seinem esel den ich auf die straße entlassen das gehört ja weil das zu viele sind und wir uns denen stellen müssen ich hab zuerst auch nicht verstanden was er damit sagen will aber eigentlich wollte er damit sagen wir gehen jetzt hier von der straße runter ey ich hab nen pfeilwagen ey cool hier sind sie mal die eilen die wenigstens in den pfeilwagen fahren das ist kein heilwagen sondern ein pfeilwagen da ist einer tot wie konnten wir es so weit kommen lassen mich bringt auch nicht zufall looten nicht vergessen das ist hier alles bares geld was in der landschaft rumliegt das sind die eigentlich auch recht ansprechend doch muss ich einfach zugegeben hier wohnen aber auch einige ja das stimmt die einwohner die sind nicht ganz so nett also ein bisschen so wie der hilse of ice oder so wir haben wahrscheinlich so eine robin hood mentalität so ähnlich war das bei robin hood auch so ähnlich ich heile dich ich heile dich ich heile dich ich heile dich so jetzt können wir gehen das event ist jetzt zu ende also da wird nicht mehr angegriffen ok die belohnung kriegen wir auch wenn wir nicht in der nähe sind das heißt wir gehen jetzt wieder auf die straße und dann zurück auf der karte erkennt man gut wer hört und wer nicht hört man erkennt auch gut weil der berg nicht hoch gekommen ist der berg nicht hoch ich wusste ich schaffte das Ah, Gold! Ah, Gold! Wohlverdient! Mehr Lob! Grazie! Grazie! Äh, Grazie? Wohlverdient! Wohlverdient! Du Hacker, du! Mit deinen Hacking-Skills! Ach, jetzt kommt Frago wieder nicht mit rein! Da ist mir aber der Baum in die Haxen gefallen! Komm, hier, sprich! Sprich mit den notwendigen Leuten! Das Pflichtgefühl der Wachsamen beeindruckt mich! Wir werden euch zum... Wo seid ihr wie früh geworfen? Äh, wir sind in die Instanz rein! Von der Storyquest! So! Und das ist das Gemeine! Die sollen das mal endlich ändern! Ja, also ich find das echt blöd! Fünf ist wirklich extrem wenig! Das ist das gerne! Drei! 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 Und das ist so, ja! Vielen Dank.